So, ich habe jetzt hier mal was vorbereitet. Und zwar unsere Szene mit dem Wohnzimmer und dem Charakter. Ich habe jetzt diesen Charakter mal aufs Sofa gesetzt. Und da wir ja diesen Hut hatten, dachte ich, vielleicht kann man den so als wie so einen Cowboy hier so hinsetzen. Also die Animation geht wie folgt. Die Kamera fängt hier an und geht in einer ganz leichten Bewegung hier runter. Und er hebt den Kopf. Also da ist nicht viel dran. Aber es soll ja hier nicht um Charakteranimationen gehen. Sondern in diesem Kapitel möchte ich Ihnen das Compositing vorstellen. Und das Compositing können Sie verwenden, um Ihre Szene nachzubearbeiten. Also wenn Sie einen Rendering erstellt haben, dann können Sie im Compositing nochmal die Beleuchtung ändern, die Tiefenschärfe anpassen und Effekte hinzufügen. Und darum soll es jetzt also hier gehen. Also, ich rendere mal einen Frame bei Frame 1. Und zwar gucken wir uns jetzt mal die Rendereigenschaften etwas genauer an. Also ich gehe hier zu meinen Rendereigenschaften und möchte erst mal eine Vorschau einstellen. Also die Auflösung ist ja jetzt bei 1920 zu 1080. Und das ist HD. Und zwar wird das gerendert bei 50%. Also die Hälfte davon. Und das ist als Vorschau schon ganz gut geeignet. Aber um das noch schneller zu machen, kann man die Größe auch verkleinern. Und mit diesem Prozentregler kann man hier ganz leicht die Größe einstellen. Einfach indem ich hier die Prozentzahl verringere. Und kleiner Tipp. Sie können das auch in Zehnerschritten machen, wenn Sie wollen. Und zwar indem Sie, während Sie hier ziehen, nicht die Shift-Taste gedrückt halten. Das wäre für die Präzisionseinstellung. Sondern die Steuerungstaste. Und mit der Steuerungstaste können Sie hier so in so Zehnerschritten sich bewegen. So dass man jetzt hier mal bei 30% rendert. Das ist zwar dann relativ klein, aber ist schön, um eine schnelle Vorschau zu kriegen. So, bei den Gläsern hat er immer noch relativ viel zu tun. Deswegen möchte ich, um diesen Render zu beschleunigen, die Gläser erst mal auf eine andere Ebene bringen. Die wir dann, wenn wir mit dem Setup fertig sind, nochmal hinzuschalten können. Aber jetzt sehen wir schon mal hier unseren Character. Natürlich kein besonders schönes Material. Aber für einen Test reicht das jetzt erstmal aus. So, das ist jetzt eine gute Vorschaugröße. Und man kann das aber immer noch beschleunigen. Und das ist jetzt eine gute Vorschaugröße. Deswegen möchte ich diese Einstellung erstmal beibehalten. Die Frames per Second lasse ich hier auch mal so. Und Start und Endframe habe ich auf 1 und 72 gestellt. Denn das sind dann 3 Sekunden. Also 24 mal 3. Das kann man auch hier ausrechnen. Wenn Sie wissen, dass Ihre Framerate 24 ist und Sie möchten 3 Sekunden rendern, dann kann man, wenn man im Kopfrechnen genauso schlecht ist wie ich, dann kann man hier einfach in diesem Feld rechnen. Und zwar könnte man jetzt hier eintippen 24 mal 3. Und wenn Sie jetzt Enter drücken, dann wird Blender Ihnen dieses Ergebnis automatisch berechnen. Und jetzt haben wir also unseren Endframe 72. Und dieses Berechnen von Zahlenwerten in Feldern, das geht also in ganz vielen verschiedenen Einstellungen. Also überall, wo hier diese Zahlen sind, da können Sie auch rechnen. Also zum Beispiel 1 geteilt durch 5. Und auch das wird Ihnen dann den entsprechenden Wert geben. Okay, aber das nur nebenbei. Jetzt soll es nochmal um die Rendergeschwindigkeit gehen. Die kann man noch hier einpassen beim Anti-Aliasing. Und diese Einstellung ist ganz wichtig für die Qualität. Also wenn ich das mal ausschalte und das berechne, dann rendert das zwar relativ schnell, sieht aber auch furchtbar aus. Denn jetzt haben wir hier diese Kantenbildung, dieses, in Englisch das sogenannte Stair Stepping, also diese Treppchenbildung. Und das liegt daran, wie dieser Renderer arbeitet. Nämlich der Renderer rendert hier in Linien, also einen Scanline-Renderer. Und durch diese Linien kommt es eben zu dieser Kantenbildung. Und diese Kantenbildung, die kann man umgehen, indem man dieses Anti-Aliasing einstellt, auch Oversampling genannt, sodass also bei diesen Kanten zusätzliche Samples gerendert werden. Und mit diesen Samples kann dann hier überblendet werden, sodass es aussieht wie eine gerade Linie. Und das schalte ich jetzt mal ein. Und 8 ist schon eine relativ gute Einstellung, aber selbst bei 5 extra Samples wird das Ganze schon besser aussehen und auch schneller rendern. Also hier sieht man, dass die Kanten zwar immer noch nicht perfekt sind, also es ist ja noch so ein bisschen unscharf, aber es ist trotzdem relativ glatt. Und vielleicht kann man auch mal rauszoomen wieder auf die Originalgröße. Und natürlich kann ich das entweder machen, indem ich das Mausrad bewege oder indem ich 1 drücke. Also mit 1 kommt man immer wieder zu der Originalgröße zurück. 2 wäre die Hälfte der Auflösung, 4 wäre ein Viertel, 8 ein Achtel und so weiter. Also mit 1 kann man immer die volle Auflösung anzeigen. Shift 2 wäre zum Beispiel das Doppelte, Shift 4 das Vierfache und so weiter. Also so kann man mit diesen Shortcuts arbeiten, um die Größe einzustellen, der Ansicht. Aber für diese Vorschau bleiben wir jetzt erstmal bei Anti-Aliasing von 5. Das ist ausreichend. So, wenn Sie die Performance noch einstellen wollen, dann kann man hier die Threads einstellen. Und das hat mit der Anzahl der Kerne von Ihrer CPU zu tun. Also wenn das auf Auto-Detect ist, dann werden automatisch alle Prozessorkerne verwendet. Und das sind in diesem Fall 4. Man kann das aber auch überschreiben, indem man das auf Fixed einstellt, sodass ich jetzt entweder nur mit einem Thread, also einem Prozess, auf Ihrer CPU rendern könnte. Man kann das aber auch überschreiben, sodass jetzt statt 4 noch 2 Extra-Threads verwendet werden. Und das kann in manchen Fällen das Rendering noch zusätzlich beschleunigen. Dann Tiles. Das sind diese Kacheln, in denen gerendert wird. Auch das kann unter Umständen die Renderzeit verbessern, wenn man das hier höher einstellt. Nämlich immer dann, wenn Sie merken, dass eine Region besonders langsam rendert. Und ich drücke jetzt nochmal auf F12. Und hier sieht man jetzt, wie ein Kästchen sehr lange sich an diesem Glas aufhält. Und das ist eben ein Prozessorkern, ein Thread. Und wenn hier jetzt mehrere Threads hier an dieser Region arbeiten würden, dann könnte man das Ganze noch beschleunigen. So, dann klappe ich das mal wieder ein. Und dann schauen wir uns mal an, was hier in Post-Processing, also in der Nachbearbeitung steht. Und hier haben wir jetzt eingestellt, dass sowohl der Sequencer, also der Videoschnitt-Editor, verwendet wird, als auch der Compositor. Und jetzt haben wir hier unser Rendering und können jetzt zum Beispiel noch die Helligkeit anpassen. Und das kann man natürlich einmal tun, indem man noch mehr Lampen hier reinsetzt oder die vorhandenen Lampen heller einstellt oder das Environment Lighting heller einstellt. Aber man kann auch, wenn man das jetzt nicht nochmal rendern will, das Ganze in der Nachbearbeitung aufhellen. Und zwar kann man jetzt natürlich das Bild speichern und dann in Photoshop bearbeiten oder im GIMP. Oder wenn man das Ganze jetzt schon als Video gerendert hat, dann kann man natürlich in Premiere oder After Effects auch die Helligkeit anpassen. Aber man kann das eben auch schon im Blender tun. Der Ort, wo man das tut im Blender, das ist der Compositor beziehungsweise der Node-Editor. Und diesen Node-Editor, den finden Sie auch hier in der Editor-Auswahl. Also kann man hier auf Node-Editor wechseln und hat jetzt hier drei verschiedene Einstellungen zur Auswahl. Und zwar gibt es einmal die Material-Nodes, die Textur-Nodes und die Compositing-Nodes. Und genau die wollen wir jetzt auch verwenden. Allerdings nicht in dieser Ansicht, denn um mit diesem Compositor zu arbeiten, brauchen wir noch zwei andere Editors. Deswegen möchte ich stattdessen das wieder zurückstellen auf meinen 3D-Viewport und hier oben das Preset auswählen. Und das Preset, das heißt natürlich dann auch Compositing. Und wenn man das häufiger braucht, dann kann man hierfür auch einen Shortcut verwenden. Denn man kann durch diese Presets mit den Pfeiltasten durchschalten. Und zwar, um jetzt zu dem Compositing-Layout zu kommen, drücke ich Steuerung und dann Pfeil links und komme damit hier in das Compositing-Menü. Und wenn ich jetzt hier weiter Steuern und Pfeil links klicke, dann komme ich jetzt hier zur Animation und dann geht es hinten wieder los bei Video-Editing, UV-Editing, Scripting und so weiter. Also hier können Sie mit diesen Pfeiltasten in dieser Liste durchschalten. Also Steuerung Pfeil links würde in der Liste nach oben gehen, Steuerung Pfeil rechts natürlich dann in die andere Richtung. Also deswegen ist der Shortcut für den Compositor Steuerung Pfeil links. So und hier haben Sie jetzt diesen Node-Editor und zusätzlich haben Sie auch noch den UV-Editor und den 3D-Viewport in der Kameraansicht, damit man hier auch sieht, was man tut. Und um jetzt diesen Node-Editor zu verwenden, muss ich ihn erstmal einschalten. Also in diesem Fall reicht es nicht, dass dieser Node-Editor hier ist. Ich muss hier erstmal einschalten Use Nodes. Und da wir uns hier in diesem Compositing-Preset befinden, wurde auch automatisch hier schon auf die Compositing-Nodes eingeschaltet. Ansonsten könnte man auch die Materialien mit den Material-Nodes noch bearbeiten. Aber wir wollen eben das Compositing verwenden, deswegen mache ich hier ein Häkchen bei Use Nodes und damit haben wir jetzt hier zwei so Kästchen. Und diese Kästchen, das sind eben die Nodes und also wie so Knotenpunkte. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie ein Förderband in einer Fabrik. Also wir haben hier links einen Input, in dem Fall eine Render-Layer, also eine Render-Ebene und hier liegt dann zwischengespeichert das letzte Render-Ergebnis drin und da geht eine Schnur raus oder ein Kabel und das geht hier rechts in diesen Composite-Output-Node und zwischen diese beiden Nodes kann ich jetzt in diesem Kabel noch weitere Nodes hinzuschalten und diese Nodes würden dann mein Ergebnis bearbeiten. Und um das zu demonstrieren, möchte ich jetzt mal einen neuen Node erzeugen und neue Nodes also neue Knotenpunkte erzeugen Sie hier entweder mit dem Add-Menü oder mit dem Shortcut Shift-A also genauso wie hier im 3D-Viewport Shift-A für neue Objekte im Node-Editor wenn die Maus hier drüben ist dann können Sie mit Shift-A neue Nodes erzeugen. Und zwar sind diese Nodes nach Kategorien geordnet da gibt es also einmal Inputs also Eingabe-Nodes wie zum Beispiel die Render-Layer oder Bilder-Texturen Werte RGB-Werte und so weiter dann gibt es Ausgabe-Nodes und den einen kennen wir schon das ist der Composite-Output also das was späteren auch gespeichert wird dann gibt es hier noch einen Viewer-Node dazu kommen wir auch gleich und dann gibt es hier weitere Nodes zum Beispiel für die Farbe also hier um jetzt die Farbe zu bearbeiten von unserem Rendering könnte man zum Beispiel mal die RGB also die rot-grün-blau-Kurven verwenden also die RGB-Curves und das ist dieser Node und wenn ich den mal auf dieses Kabel draufziehe und zwar kann ich das ziehen hier mit der linken Maustaste tun also hier links draufklicken und ziehen und wenn ich damit über dieses Kabel komme dann wird dieses Kabel gelb und wenn ich jetzt loslasse wird automatisch hier das Output von dem Render-Layer-Node mit dem Input hier verbunden und hier kann man jetzt dieses Input bearbeiten mit dieser Kurve und wenn das dann fertig ist dann kommt das hier oben wieder raus und fließt hier weiter in den Composite Output so jetzt könnte ich zum Beispiel wenn ich die Helligkeit verändern will dann klicke ich hier mal in die Mitte von dieser Kurve rein und bei gedrückter linker Maustaste ziehe ich jetzt diesen Punkt der hier entstanden ist nach oben und wenn ich jetzt hier loslasse dann sehen Sie hier schon die Vorschau das Zimmer ist jetzt viel heller so und um das jetzt besser sehen zu können gehe ich mal hier runter in den Image Editor und wähle aus als Input hier Render Resultat und hier sehe ich jetzt das was hier in diesem Composite Output liegt in dem UV Image Editor und wenn ich jetzt hier die Helligkeit verändern will dann brauche ich nur an diesem Regler zu ziehen und kann das Ganze auch dunkler machen und wenn ich das jetzt speichern will dann gehe ich auf Image und dann Save as Image und kann dieses Bild dann eben speichern wenn das jetzt eine Animation ist und es ist ja eine Animation dann müsste ich jetzt um das Rendering zu starten hier auf Animation klicken und dann wird automatisch alles das was hier in diesem Ausgabenode ist in diesem Composite Node das würde dann alles automatisch gespeichert und zwar an dem Ort den man hier unten bei Output angibt da kommen wir aber später nochmal zu vorher möchte ich noch etwas weiter bei diesem Node Editor bleiben jetzt wäre es ganz schön wenn man neben diesen kleinen Ausgabefenstern und dem UV-Image Editor hier unten noch eine Vorschau hätte für sein Compositing und dafür kann man hier Backdrop aktivieren und wenn ich Backdrop aktiviere dann erscheint hier erstmal so ein schwarzes Quadrat und das liegt aber daran dass der Backdrop einen bestimmten Node nur verwendet nämlich den Viewer Node und dieser Viewer Node das ist so ein ja Vorschau Node also nicht nur die Endausgabe also dieser Composite Output davon gibt es ja immer nur einen aber dieser Viewer Node davon kann es eben mehrere geben und die kann man sich dann hier im Hintergrund anzeigen lassen deswegen klicke ich jetzt nochmal Shift-A und gehe dann zu Output und wähle jetzt Viewer und dieser Viewer also der Anschauer Node den kann ich jetzt auch hier verbinden mit meinen RGB-Kurven und sehe jetzt hier im Hintergrund von dem Node Editor diesen Inhalt hier von diesem Node und das Schöne bei dem Viewer Node ist dass man auch während man hier die Endausgabe immer mit diesem Node verbunden hat kann ich hier immer noch umschalten dass ich mir nochmal anschaue zum Vergleich wie sah denn das Originalbild aus deswegen kann ich jetzt hier reinklicken in Image und statt jetzt hier diesen Viewer mit dem RGB-Kurven-Node zu verbinden ersetze ich jetzt diese Verbindung einfach indem ich hier dieses Kabel hier reinstecke und Sie sehen dieses andere Kabel wird jetzt rot das heißt das wird jetzt gelöscht und jetzt habe ich hier in meinem Viewer Node die Vorschau von den Renderlayern also wie sah das Endergebnis aus und daran sehen Sie schon eine ganz wichtige Eigenschaft und einen ganz entscheidenden Vorteil von dem Compositor nämlich dass diese Kurven im Grunde wie Modifier arbeiten das heißt sie verändern nicht das Ausgangsmaterial das bleibt hier unberührt aber auf dem Weg hier von links von den Renderlayern in diese Composite- und Viewer-Outputs kann man eben dieses Ergebnis auf dem Weg dahin verändern so dass man hier also sowohl das Original hat als auch die neue Version und da wir jetzt ja den 3D-Viewport und die Einstellungen im Moment nicht brauchen kann ich jetzt auch Fullscreen gehen mit Shift-Leertaste und da wir ja das Backdrop haben kann ich jetzt auch so arbeiten und gleichzeitig noch die Vorschau anschauen und dann gibt es natürlich nicht nur die RGB-Kurven sondern ganz viele andere Nodes also wenn ich nochmal hier in das Color-Menü schaue dann gibt es zum Beispiel auch einen Node für die Sättigung also Hue-Saturation-Value und wenn ich den jetzt hinter die RGB-Kurven stecke dann kann ich jetzt die Sättigung zum Beispiel auf 0 stellen also hier bei Saturation klicke ich jetzt mal rein und ziehe das nach links zu 0 und hier in meinem Composite-Output sehen Sie schon das ist jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild und um jetzt dieses Ergebnis auch in groß anschauen zu können würde ich den Viewer-Node mit diesem Hue-Saturation-Value-Node verbinden und zwar entweder indem ich hier wieder das Kabel rausziehe und das Kabel hier ersetze oder indem ich mal wieder einen Shortcut verwende nämlich wenn ich die Steuerung und die Umschalttaste gedrückt halte und dann auf eine Node klicke dann springt dieses Kabel automatisch zu der Ausgabe von dem Node auf den ich geklickt habe so dass ich jetzt wenn ich Steuerung-Shift gedrückt halte sehr schnell zwischen diesen Nodes umschalten kann und damit ich jetzt hier die Vorschau besser sehen kann zoome ich mal raus mit dem Mausrad das zoomt jetzt hier aus diesem Node-Editor raus das heißt diese Nodes werden alle kleiner und mit der mittleren Maustaste verschiebe ich jetzt die Ansicht so dass jetzt diese Nodes hier oben sitzen und man kann auch den Backdrop verschieben und zwar mit der Alt-Taste und der mittleren Maustaste also Alt- und mittlere Maustaste damit kann ich jetzt hier auch dieses Vorschaubild verschieben zum Beispiel hier rechts oben in die Ecke und dann mit der mittleren Maustaste die Nodes hier rüber wenn man den Unterschied zwischen zwei Nodes mal ganz genau betrachten will dann kann man auch eine andere Art von Ausgabe verwenden nämlich den sogenannten Split Viewer also den gesplitteten Viewer Node und ich verbinde jetzt mal Hue Saturation Value diese Ausgabe hier mit dem einen Input und diese hier klappe ich jetzt mal ein damit die nicht so im Weg rumliegen und das kann man tun mit diesem Pfeil mit diesem Dreieck deswegen klicke ich jetzt mal hier drauf und jetzt wird der so eingeklappt und liegt hier oben das gleiche mache ich jetzt mit diesem Viewer Node die muss ich ja nicht unbedingt löschen die will ich nur aus dem Weg haben und habe jetzt also hier diesen Split Viewer und ziehe jetzt mal den hier nach oben einfach um ein bisschen Platz zu schaffen und verbinde jetzt den RGB Kurven Output von dem Node hier mit dem anderen Input von dem Viewer so dass ich jetzt hier links den einen Node habe und rechts den anderen und mit diesem Faktorregler kann ich jetzt das verschieben so dass man sich jetzt hier genau anschauen kann wo ist der Unterschied und wie sieht das aus zum Beispiel kann man ja auch die Sättigung etwas erhöhen so dass es nicht ganz schwarz-weiß ist sondern nur so einen leichten Farbstich hat so zum Beispiel und so hat man also hier alle Freiheiten das Renderergebnis total zu verändern und das ist eben die große Kunst des Compositings so ich will jetzt von dieser Split Viewer Ansicht wieder zurückgehen zu der normalen Ansicht deswegen aktiviere ich jetzt hier mal diesen Viewer Node indem ich hier drauf klicke und den Split Viewer Node den brauche ich jetzt nicht also sehen immer wenn man hier drauf klickt dann wird der aktiviert und ich kann ihn jetzt entweder löschen mit X oder wenn ich den nochmal behalten will dann kann ich den auch an die Seite schieben und da mir diese Kabel sonst so im Weg rumliegen würden will ich die durchschneiden und dieses Durchschneiden das kann man tun mit der gedrückten Steuerungstaste und jetzt mit der linken Maustaste hier mal durchschneiden also Sie sehen schon hier dieses Icon das ist so ein kleines Messer und hier kann ich jetzt durch diese Kabel durchschneiden und wenn ich loslasse dann ist diese Verbindung also gekappt und ich kann ihn einklappen und hier in die Ecke schieben neben diesen Input Output und Color Nodes die wir jetzt schon kennengelernt haben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer und zum Beispiel gibt es hier die Filter und wenn ich das mal auswähle und hier einen Filter Node erzeuge dann ziehe ich jetzt mal diesen Filter Node hinter den Hue Saturation Value Node und jetzt klicke ich nochmal auf Viewer und Sie sehen dass dieses Bild jetzt so etwas unscharf geworden ist und zum Vergleich klicke ich jetzt nochmal hier auf meinen Sättigungs Node also Steuerung Shift linke Maustaste hier ist also scharf unscharf scharf unscharf also das ist dieser Filter und dieser Filter der hier gerade verwendet wird das ist der Soften also der Weichmachungsfilter sozusagen kann man auch umstellen und hier gibt es viele interessante Effekte also so eine Kantenerkennung zum Beispiel ganz unterschiedliche und auch den Sharpen also den Schärfungsfilter und hier das sieht jetzt etwas übertrieben aus aber auch hier kann man ähnlich wie bei dem Viewer Node einen Faktor einstellen und wenn ich jetzt hier mal den Faktor von 1 also von 100% runterstelle auf 0,1 zum Beispiel dann ist dieser Effekt nicht mehr so übertrieben aber trotzdem wird hier alles so etwas schärfer dargestellt und auch hier vergleiche ich nochmal mit dem Hue Saturation Value Node also hier erscheint das jetzt wieder etwas unschärfer also hier kann man mit diesem Filter Node sowohl die Schärfe als auch die Unschärfe einstellen insofern ist der immer ganz interessant aber ich will den jetzt löschen und zwar möchte ich den so löschen dass diese Verbindung zwischen Viewer Node und Sättigungs Node erhalten bleibt dass also dieses Kabel einfach dann weiter fließt von hier nach da und es gibt eine bestimmte Art des Löschens also nicht einfach nur X wie löschen sondern man kann das modifizieren indem ich jetzt STRG X drücke und wenn man das tut dann wird dieser Node einfach aus diesem Kabel herausgenommen so dass wenn ich jetzt auch diesen Sättigungs Node loswerden will dann wenn ich jetzt X drücken würde dann würde ja einfach nur dieser Node gelöscht und damit auch die entsprechenden Kabel aber ich mache das mal rückgängig aber wenn ich jetzt eben STRG X drücke dann bleibt diese Verbindung erhalten und diese Unschärfe die wir mit diesem Softened Filter erreicht hatten die kann man auch noch verstärken indem man eine andere Art von Filter auswählt nämlich den sogenannten Blur Filter also den Weichzeichnungsfilter und wenn ich den jetzt mal hinzufüge und über diese Linie ziehe und hier kann ich jetzt mit diesem X- und Y-Wert eine Unschärfe in eine bestimmte Richtung erzeugen das heißt wenn ich jetzt hier einen Unschärfewert für den X-Wert vergebe also 30 dann sehen Sie wie hier das jetzt entlang der horizontalen Achse unscharf gezeichnet wird und um das Ganze jetzt noch etwas gleichmäßiger zu haben kopiere ich mir diesen Wert hier mit STRG C und füge den für die Y-Achse ein so dass jetzt diese Unschärfe sowohl entlang der Y-Achse als auch der X-Achse passiert jetzt kann man die Qualität noch erhöhen von dieser Unschärfe indem man eine andere Weichzeichnerart verwendet also im Moment wird hier Flat also flach verwendet und vielleicht sieht man auch dass das Ganze tatsächlich ein bisschen einfach gehalten ist also hier wurde einfach wirklich hier nach links und rechts unscharf gezogen so dass hier jetzt zwischen diesen Formen diese ja wie so ein Gitter entsteht und das kann man umgehen indem man eine bessere Filterart verwendet und zum Beispiel einer der sehr bekannt ist ist der Gauss-Filter und dieser Gauss-Filter der erzeugt nun eine viel schönere Unschärfe dieser Gauss-Filter der ist zwar qualitativ sehr hochwertig aber gerade bei größeren Bildern kann das etwas dauern den zu berechnen und da gibt es noch eine Variante von nämlich der schnelle Gauss-Filter also Fast Gaussien und das ist jetzt etwas unschärfer geworden wird aber schneller berechnet und ist immer noch eine sehr viel schönere Unschärfe als dieser Flat Unscharf-Filter ich gehe nochmal zurück zu Flat und Sie sehen hier ist also dieser schnelle Gauss-Filter viel schöner als Flat eine ganz besondere und häufig verwendete Art von Filter ist der sogenannte Defocus-Filter also der Tiefen-Unschärfe-Filter und den finden Sie natürlich auch in diesem Filter-Menü also es gibt hier jetzt Filter Defocus also dieser Defocus-Filter der kann eben eine Unschärfe erzeugen und zwar nicht nur so wie dieser Blur-Node hier der jetzt das ganze Bild unscharf macht sondern hier kann man wie bei einer Fotokamera den Fokus einstellen und nur bestimmte Bereiche des Bildes unscharf machen deswegen lösche ich jetzt mal diesen Blur-Node mit STRG X und ziehe stattdessen den Defocus-Node hinter meine RGB-Kurven so da hat sich jetzt noch nicht viel getan und Sie sehen schon hier gibt es eine ganze Menge einzustellen und eine ganz wichtige Zutat für diesen Tiefen-Unschärfe-Filter ist der sogenannte Z-Buffer den kann man hier unten einstellen und dieser Z-Buffer das ist ein ganz bestimmtes Bild was von der Kamera gerendert wird und zwar ein Graustufen-Bild wo dann nach den Graustufen die Tiefe angeordnet werden kann und um Ihnen das zu demonstrieren gehe ich jetzt mal kurz wieder aus diesem Fullscreen-Modus raus und wähle die Kamera und jetzt drehe ich mich hier mal so zur Seite dass man die Kamera auch mal von der Seite sehen kann denn jetzt will ich die Kamera fokussieren und zwar auf dieses Glas also ich gucke hier mal nochmal durch die Kamera durch mit 0 also hier dieses Glas ist ja relativ im Zentrum von der Szene deswegen könnte man jetzt am Anfang von dieser kleinen Animation vielleicht auf dieses Glas fokussieren also jetzt drücke ich nochmal 0 um aus dieser Kameraperspektive wieder rauszukommen und ja also wie stelle ich jetzt ein dass Blender auf dieses Glas fokussiert nun diese Fokussierung das ist eine Kameraeigenschaft und deswegen ist natürlich der Ort wo ich nach dieser Fokussierung suche auch in den Kameraeigenschaften also gehe ich jetzt hier in meinem Properties Editor zur Object Data von der Kamera und hier gibt es jetzt bei Depth of Field die Einstellung Fokus und zwar einmal kann man hier ein Objekt wählen oder eine Distanz angeben ich mache das mal etwas größer hier und wenn ich hier diesen Regler ziehe dann tut sich erstmal nicht viel und das liegt aber daran dass der Fokuspunkt erst auf einer bestimmten Linie sichtbar wird also ich muss eine bestimmte Display Option aktivieren und diese Display Option ist Limits und diese Limits also das Limit wie weit die Blender Kamera gucken kann die stellt man hier oben ein mit dem Clipping also man kann zum Beispiel sagen dass die Kamera nur 10 Meter oder 10 Blendereinheiten weit gucken kann wenn ich jetzt mal durch die Kamera schaue dann hört die Szene da auf und je weiter dieses Clipping geht desto mehr kann ich von der Szene sehen das erscheint jetzt zunächst einmal unsinnig kann aber später dazu verwendet werden um die Performance vom Rendering zu erhöhen oder für Effekte wie zum Beispiel Röntgen oder Computertomographie also hier könnte man jetzt wenn ich den Startwert auch auf 4,7 setze dann könnte ich jetzt wenn ich die Kamera bewege hier wie so Scheibchenbilder erzeugen also wie in der Computertomographie diese Szene rendern aber das ist ja gar nicht was wir jetzt machen wollen also schnell wieder zurück 0,1 und 100 also das ist dieses Clipping und das sind eben diese Limits so jetzt drücke ich nochmal 0 habe jetzt also hier diese Linie die Limits und auf diesen Limits kann jetzt der Fokuspunkt angezeigt werden also wenn ich jetzt hier die Distance verschiebe dann sehen Sie wie sich dieses gelbe Kreuz auch bewegt und dieses gelbe Kreuz das ist eben der Fokuspunkt und das könnte ich jetzt versuchen hier manuell an das Glas dran zu setzen und so würde das schon funktionieren oder ich wähle mir einfach den Fokuspunkt direkt aus und das Glas heißt praktischerweise auch Glas deswegen kann ich jetzt die Kamera nochmal auswählen tippe hier Glas wähle Glas aus und damit sitzt jetzt der Fokuspunkt exakt da wo das Zentrum von diesem Objekt namens Glas auch sich befindet so jetzt weiß die Kamera also wohin sie fokussieren soll das heißt ich kann jetzt nochmal ein neues Bild berechnen und wenn das Bild jetzt hier fertig gerendert hat gehe ich jetzt nochmal Fullscreen und kann jetzt diesen Z-Buffer verwenden und zwar dieser Z-Buffer der wurde bei der Renderebene mit abgelegt also immer wenn ich ein Bild im Blender berechne wird automatisch immer der Z-Buffer mit berechnet genauso wie der Alpha-Wert also die Transparenz nun diesen Z-Buffer den hatten wir zwar vorher schon aber vorher wusste Blender noch nicht wo der Fokuspunkt ist den hatten wir ja gerade erst gesetzt und der ist jetzt eben mit gerendert worden so dass wir jetzt diesen Z-Buffer verwenden können und ich ziehe jetzt einfach hier aus meiner Renderebene den Z-Buffer heraus und stecke den hier in den Z-Input von dem Defocus-Node und sofort passiert hier etwas ganz merkwürdiges denn wir haben jetzt diese Punkte dieses Rauschen hier und dieses Rauschen das haben wir deswegen weil Blender noch nicht genau weiß was er mit diesem Z-Buffer machen soll ich klappe jetzt auch mal diese Kurven ein denn damit der Z-Buffer als solcher verwendet wird muss mein Blender erstmal sagen dass er diesen Z-Buffer auch als solchen verwenden soll also hier muss ich jetzt ein Häkchen setzen use Z-Buffer und auf einmal ist dieses Rauschen weg und es ist wieder alles scharf und wenn wir so weit gekommen sind dann können wir endlich auch die Tiefenschärfe wählen und zwar mit dem F-Stop-Wert kennt vielleicht der ein oder andere aus der Fotografie also je kleiner der F-Stop-Wert ist desto weiter offen wäre das Objektiv von der Kamera und desto unschärfer würde es vor und hinter dem Fokuspunkt werden so dass wenn ich jetzt diesen sehr sehr hohen F-Stop-Wert von 128 kleiner mache zu zum Beispiel 20 dann sehen Sie wie hier jetzt der Hintergrund so leicht unscharf wird und je stärker ich diesen F-Stop-Wert verringere desto unschärfer wird auch der Hintergrund und wenn ich den jetzt ganz unscharf haben will dann stelle ich hier mal 5 ein und jetzt ist also wirklich nur noch das Glas im Fokus also das Glas wird hier scharf gerendert nur dahinter ist es unscharf und das Ganze sieht jetzt noch etwas rauschig aus nämlich im Moment wird hier noch die Preview also die Vorschau verwendet also diese Tiefenunschärfe die wird im Moment nur mit 16 Samples berechnet jetzt kann ich natürlich die Samples hochstellen zum Beispiel 32 und dann wird das Ganze schon etwas besser oder ich stelle einfach die Vorschau aus dann dauert das zwar etwas länger zu berechnen aber jetzt haben wir hier eine sehr schöne weiche Tiefenunschärfe jetzt sehen Sie vielleicht hier diese komische Kante die sehen Sie auch hier und das liegt an einer ganz bestimmten Einstellung die leider die Standardeinstellung ist nämlich der Threshold also der Schwellenwert und den würde ich in der Regel immer erstmal auf 0 stellen und damit ist jetzt diese komische Kante weg ich weiß nicht genau warum man das tut warum der auf 1 steht also es kann scheinbar in manchen Fällen zu Problemen kommen mit Vordergrund und Hintergrund und der Trennung von diesen beiden aber ich habe die Erfahrung gemacht dass meistens es besser aussieht wenn dieser Schwellenwert auf 0 steht so jetzt kann ich natürlich den F-Stop-Wert noch weiter verringern auf 2 natürlich schon eine wirklich extreme Einstellung und das dauert auch etwas länger zu rendern man kann das jetzt aber auch limitieren auf einen bestimmten Blur-Faktor also wenn ich hier bei Max Blur also bei maximaler Unschärfe einen Wert eingebe zum Beispiel nehmen wir mal 20 dann ist diese Unschärfe jetzt nicht mehr so stark aber es rendert auch viel schneller und in manchen Fällen kann es eben sein dass sie relativ schnell hier in die Unschärfe gehen wollen und daher einen sehr kleinen F-Stop verwenden dass sie aber gleichzeitig hier im Hintergrund keine so extreme Unschärfe brauchen und dann kann man eben mit diesem Max Blur einstellen wie unscharf soll das denn im Hintergrund überhaupt werden und damit kann man dann eben in manchen Fällen auch Renderzeit sparen so also letzte Einstellung gibt es hier oben noch den Bokeh Type und mit diesem Bokeh Type können sie einstellen wie die Blendenöffnung aussieht also ich versuche das jetzt mal von Circular umzustellen auf Pentagonal also auf Fünfeck und hier kann man vielleicht sehen das ist dieser runde Fleck das war ja vorher das Glas das ist so unscharf dass dieser runde Fleck jetzt nicht mehr rund ist sondern ein Fünfeck zum Vergleich nochmal Circular also kreisförmig also hier ist es jetzt ein Kreis und bei Pentagonal also Fünfeck haben wir hier ein Fünfeck und das ist eben dieser Bokeh Type so jetzt haben wir hier unseren Defocus Node samt Z-Buffer doch was genau hat es jetzt mit diesem Z-Buffer auf sich wenn ich jetzt mal mir den Z-Buffer anschauen will direkt dann ziehe ich jetzt mal hier die Ausgabe von dem Z-Buffer in den Viewer Node und scheinbar haben wir hier ein vollkommen weißes Bild das ist aber nicht ganz der Fall denn in Wahrheit verwendet der Z-Buffer einfach Werte die sehr viel höher sind als das was normalerweise angezeigt werden kann und dazu muss man vielleicht wissen in Blender gehen die Farbwerte von 0 bis 1 das kann man sich auch mal anschauen wenn ich nochmal hier die RGB-Kurven in den Viewer Node ziehe und mal aus dem Fullscreen-Modus herausgehe jetzt wechsle ich mal hier das Render-Resultat zu dem Viewer Node den kann man sich nämlich auch hier unten anschauen und wenn ich jetzt mal hier reinklicke mit der linken Maus dann sehen Sie wie hier eine Leiste erscheint und diese Leiste die zeigt mir an wie die Farbwerte sind und zwar getrennt nach Rot Grün und Blau und dann noch gibt es auch hier den Alpha-Kanal also der zeigt mir jetzt auch die Transparenz an hier zum Beispiel im Fenster da sieht man zwar Farbe aber wir haben eben auch einen Alpha-Wert also eine Transparenz und deswegen ist hier der Alpha-Wert 0 im übrigen Zimmer ist der Alpha-Wert immer 1 so wir haben jetzt also hier hinter unseren RGB-Kurven Farbwerte für Rot, Grün und Blau die sich hier zwischen 0 und 1 befinden also es gibt hier keine Werte die größer als 1 sind wenn wir uns aber den Z-Buffer anschauen also ich drücke jetzt mal STRG-Umschalt klicke auf Render Layers und dann klicke ich noch mal und noch mal und das verbindet mir jetzt hier diesen Viewer-Node zu dem Z-Buffer und wenn ich hier jetzt reinklicke dann sehen Sie dass wir hier durchaus nicht nur Werte zwischen 0 und 1 haben sondern Werte die auch mal viel größer sind als 1 und diese Werte das sind einfach die Blendereinheiten wie weit dieser Punkt von der Kamera entfernt ist und deswegen wenn ich die Maus mal hier rüber bewege haben wir hier riesengroße Werte denn hier ist das Fenster offen und das heißt hier ist die Entfernung nah und endlich so diese Werte die kann man auch normalisieren also man kann die Werte so verändern dass sie zwischen 0 und 1 passen so dass sie dann angezeigt werden können und dafür gibt es einen Node nämlich den Normalize-Node den finden Sie bei Vector also Normalize den bringe ich jetzt hier dazwischen und auf einmal sehen wir jetzt hier unser Graustufenbild mit unserem Charakter dem Weinglas und so weiter und Sie sehen dass also Objekte die nah sind die werden schwarz dargestellt Objekte die weit weg sind die werden so milchig weiß bis weiß dargestellt und der Z-Buffer von dem Defocus-Node kann eben diese Werte verwenden die größer sind als 1 und deswegen würde ich jetzt hier mal diesen Normalize-Node wieder löschen denn unser Defocus-Node verwendet den unbehandelten Z-Buffer doch wo kommt jetzt dieser Z-Buffer her nun der Z-Buffer das ist einer von den sogenannten Render-Passes und diese Render-Passes die finden Sie hier in den Render-Einstellungen und zwar bei Layers und hier kann man jetzt die Render-Layer einstellen also die Render-Ebenen und man kann also nicht nur diese eine Render-Ebene haben sondern mehrere da kommen wir aber gleich noch zu und zusätzlich zu diesen Render-Ebenen kann man hier auch noch einstellen welche Passes diese Ebenen ausgeben und diese Passes das sind sowieso Teile von dem Bild also zum Beispiel wenn ich jetzt mal runter-scrolle dann sehen Sie dass hier ein Häkchen ist bei Z also es wird als extra Pass also noch als Zusatzinformation zu dem Bild wird noch der Z-Buffer mit ausgegeben und da hier ein Häkchen bei Combined ist kriegen wir auch die Farbausgabe denn man könnte dieses Bild auch so berechnen dass alle Einzelteile separat vorliegen also Sie sehen ja hier es gibt Render-Passes für die Diffuse Color für Specular Shadow für Emit für Ambient Occlusion Environment Lighting und so weiter und alle diese Elemente alle diese einzelnen Render-Passes die kann man also einzeln rendern und damit sich das Bild selber zusammenbauen aber damit man das nicht immer machen muss gibt es hier eben diesen Combined Pass und der übernimmt das für einen und um Ihnen kurz zu zeigen was man mit diesen anderen Passes noch machen kann aktiviere ich mal diese ganzen Passes hier einfach nur um Ihnen zu zeigen was man damit machen kann und wir haben jetzt hier diese ganzen Ausgabemodule für alle diese einzelnen Passes aber damit wir die jetzt separat anschauen können müssen wir das Bild jetzt erstmal neu berechnen inklusive dieser Passes und nachdem das Bild jetzt fertig berechnet ist haben wir jetzt diese ganzen Passes zur Verfügung und können jetzt die mal anschauen und zwar möchte ich das tun mit dem Viewer-Node gehe hier mal Fullscreen zoome etwas raus klappe den mal ein das brauchen wir jetzt ja gerade nicht der Viewer-Node kommt mal hier hoch und jetzt klicke ich mal mit der Steuerung und der Umschalt-Taste auf die Render-Layers und sehe jetzt also hier meinen Diffuse-Pass und dieser Diffuse-Pass da fehlen alle Schatten da fehlt die Spectularity wir haben keine Transparenz also alles das ist hier jetzt separat trotzdem haben wir natürlich immer noch hier unseren Haupt unseren Combined-Pass also hier das normale Bild ist immer noch da aber mit diesen Passes kann man jetzt sich eben diese Einzelteile auch separat anschauen also Diffuse dann hier die Spectularity also alles das sind nur die Glanzlichte die wir in unserer Szene haben man sieht auch ich habe hier noch den Charakter viel zu glänzend also das sollte man vielleicht noch mal ändern aber ansonsten haben wir jetzt hier diese Glanzlichter in der Szene natürlich hier auf den Gläsern sehr viel stärker und härter als das bei den Wänden der Fall ist die Schatten kann man sich auch separat anschauen und da wir auch farbige Lichter verwenden werden auch die Schatten hier so farbig dargestellt die Amphic Occlusion ist ein ganz wichtiger Pass den kann man nämlich immer noch mal verwenden das machen wir später auch also Amphic Occlusion kann man sich immer noch als Pass ausgeben lassen denn der ist wirklich sehr sehr praktisch denn hier kann man eine Menge mit machen dann die Reflection also die Spiegelung die gibt es jetzt natürlich nur bei den Gläsern genauso die Transparenz und die Brechung sieht man ja hier wie diese Transparenz und diese Brechung in diesem Glas jetzt hier auftaucht und diese anderen beiden Passes Indirect und Emit die hatten wir gar nicht berechnet also da haben wir einfach nichts in unserer Szene was diesen Eigenschaften entspricht deswegen sind die schwarz aber bei Environment sieht man dass die Environment Berechnung im Grunde die gleiche ist wie bei Amphic Occlusion die wurden nur anders miteinander dann mit dem Bild verrechnet und diese Passes die kann man eben verwenden um bestimmte Eigenschaften von ihrem Bild nochmal zu betonen indem der entsprechende Pass zum Beispiel nochmal verwendet wird und nochmal mit dem Bild verrechnet wird und das will ich Ihnen kurz zeigen bei der Ambient Occlusion denn wenn wir unser Bild anschauen dann haben wir zwar hier schon diese schönen Kontaktschatten aber wenn man die nochmal betonen will dann mit dem sogenannten Mix Node den finden sie bei Color also Shift A Color Mix und hier gibt es jetzt drei Inputs einmal einen Faktor den kennen wir schon das ist auch einfach nur diese Regler und dann für zwei Bilder und in das erste Bild also in den ersten Input hier da stecke ich jetzt mal unseren Combined Pass also unseren Hauptrender und wenn ich mir das anschaue mit von diesem Bild denn es ist ja noch leer die wird jetzt komplett über das andere Bild drüber geblendet also gemixt und zwar mit dem Faktor von 1 wenn ich diesen Faktor runtersetzen würde dann wird dieses zweite Bild immer transparenter und man fängt jetzt an das andere Bild darunter zu sehen jetzt will ich aber keine weiße Farbe hier mixen sondern die Ambient Occlusion deswegen ziehe ich mir die jetzt hier raus stecke die in den zweiten Input und habe damit jetzt die weiße Farbe ersetzt und deswegen sehen wir jetzt hier nur die Ambient Occlusion gut jetzt kann ich hier den Faktor verringern aber viel haben wir damit nicht gewonnen denn damit das jetzt Sinn macht dann müssen wir erstmal die Art der Überblendung verändern nämlich von Mix auf Multiply und Multiply deswegen vielleicht erinnern und die Art ist Multiply und Multiply wenn ich das jetzt hier einstelle dann werden die Schatten über das Bild drüber multipliziert und die weiße Farbe taucht hier einfach nicht mehr auf und das liegt jetzt an dieser ganz speziellen Art der Verrechnung diese Multiplikation und wie das genau funktioniert das erkläre ich Ihnen im nächsten Kapitel